Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Modibärenbande. Heute sind wir beim 14. Tag unserer 100-Tage-Challenge und heute ist der 29.9. Ich bin ein bisschen spät dran, es ist 21.21, aber es passt komplett immer noch rein. Also wir spielen schon seit 14 Tagen durch gegen Starcraft und das freut uns ja. Wir werden noch langsam besser. Zurzeit euch bis ein Stocks wieder ein bisschen, aber wir werden sehen. Wir hatten ja auch heute einen Livestream, der war nicht so gut besucht. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich weil sie mich angekündigt haben. Naja, spontan halt. Und dieses Samstag sind die meisten Leute feiern, saufen, hast du nicht gesehen. Ich hoffe ihr nicht und guckt Stark noch. So. Mal gucken, was das erste Spiel bringt heute. Also was heißt, das erste Spiel, ich hab heute schon den ganzen Tag gezockt. Aber das erste Spiel 1 gegen 1 heute. Wir spielen gegen Terranor. Ich muss mal das Terranor Bild mit Fliebenden gucken, das ist eigentlich auch ganz gut. Wenn man schön dann die Tanks liften kann. Naja, mal gucken. Ich will ja demnächst auch mal meine, meine Bills, die ich habe, mal als Video machen und euch zeigen. Der könnte sie nachmachen. Ja, so ein paar Kleinigkeiten, wenn ich vielleicht dazu noch erzählen, aber sonst so. Ja, mal sehen. Auf jeden Fall muss ich mir erstmal nochmal meine Bills wieder angucken. Jedenfalls nicht das, was ich jetzt die ganze Zeit Spiele. Das, was ich jetzt die ganze Zeit spiele, ist ja Standard zum Üben für Makro Games und allgemein die Mechanics zu verbessern. So, los geht's. Ich bin gegen Terranor, auch nicht dicht machen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich hab keine Lust auf chatten, ohne Scheiß. Die Leute heute eigentlich so in Chatlaune sind. Das kommt auf jeden Fall Cheese. Das rieche ich jetzt schon 10 Meilen gegen den Wind. Wir haben nicht gelügend Mineralien. Lasst. Geht du da? Eure Sonden werden angegriffen. Puh. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wir stecken jetzt mal unsere Sonde. Wir wollen nämlich mal reingucken bei ihm. Nicht, dass der Reaper dann unseren Worker erwischt. Wird wahrscheinlich kein Reaper kommen. Keine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Keine Echse. Keine Echse. Ist nicht schön. Keine Echse. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ganz wie ihr Pansch. Ich finde es ganz der Finsternis. Eure Sonden werden angegriffen. Naja, jetzt hab ich mir ne Sonde geknillt. Naja. Was ist euer Begehr? Ich hab immer noch ein bisschen Hüsten, also ich hoffe es stört euch noch nicht. Es geht auch irgendwie nicht weg. Ich weiß auch nicht. Ich bin hier. In den Schatten. Wie ihr. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin die Sterne. Ich bin die Sterne. Bye bye. Sehr heiß. Wir haben... Schlaf auf ihn. Ich bin die Bote. Wir haben die Hüste. Ich bin die Bote. Ich bin die Bote. Ich bin die Bote. Ach, das ist ja eine Bote. Ich bin die Bote. Ich bin die Bote. Suez. Und ich bin die Bote. Hier ist er noch nicht angewiesen, ich bin hier mit Geschaffen. Haben wir mal so eine Ex und ein bisschen Delight? So, dann brauchen wir jetzt unbedingt hier Glosser. Ihr habt nicht gelügend... Hier sind ich, ich... Ja, Mann! Nicht gelügend Energie. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Okay, er kommt anscheinend. Hier steht ein Panzer. Zwei gebaut. Zwei gebaut. Zwei gebaut. Ihr seid auf mich an. Ihr müsst... Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in die Schatten. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ganz lieb. Ihr habt nicht... Ja. Mit seinem Panzer. Er hat viele Panzer, das ist halt das, was nicht so geil ist. Jetzt kann man aber was. Ich bin hier. 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 Blau. Was war denn das für eine Aktion? Mein Leben für Ajor. Nicht gemütlich Energie. Oh, was denn jetzt? So, ich schneide das wahrscheinlich auch raus. Können wir jetzt nur einen Schluck von meinem Trinken nehmen. Ich hoffe, das geht auch gleich weiter. Ja. Ich denke, er hat noch keine zweite. Äh, keine dritte. Dritte Base, denke ich nicht. So, geht es doch schon weiter, ne dann? Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Jetzt bauen wir noch das Upgrade für die Stalker. Das werden wir noch einen Blink bauen. Was haben wir noch? Keine Ahnung. Der Exe. Das ist ein Nullstorm. Ein Nullstorm. Ich würde sagen, wir gehen auf 200 und dann machen wir das wieder platt. Der Exe ist ein Nullfall. Der Exe ist ein Nullfall. Mein Leben für Ajoa. Mein Leben für Ajoa. Der Exe ist ein Nullfall. Wie ist das hier? Hier. Forschung abgeschrieben. Mein Leben für Ajoa. Ich denke leicht. Oh, ich hab sogar Storm dabei. Das ist so schön. Die Fehler begehe ich nicht noch. Den ich schon mal gemacht habe. Kämpfen wir direkt beim Prokteraner weiter. Wir haben erstmal eine Echse weggenommen. Und das ist erstmal okay. Seine Army ist irgendwo anders gerade. Ich vernahm euren Ruf. Wir stehen vereint. Ich verstehe. Chichi. so leicht wie sich mein Terraner ja, wir bewegen es langsam fort und vorwärts also gegen Terraner habe ich wie gesagt in Mainz gegen Mainz gar keine Probleme fast mehr vor allem wenn sie nicht stressen und nichts machen also das ist für mich einfach ein leichtes Runterspielen also ich müsste sagen, mit Terraner muss schon Stress machen, sonst wird das mischt das war nicht sonst so, auch die Erspieler und dafür hat er mir echt zu wenig gemacht oh jetzt gehen wir gegen den Meisterspieler Protoss Meisterspieler, ooooh da bin ich immer gespannt müssen wir auch besiegen können ihr habt nicht gelügend Mineralien wenn wir selber Meisterspieler werden wollen ihr habt nicht gelügend Mineralien obwohl es eigentlich ein bisschen früh ist, ne finde ich, also unser, er ist noch weit weg vom Meistern ihr habt nicht gelügend Mineralien 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 Was ist das für mich? Ja, Pilonen vergessen, natürlich. Ich habe mich ein bisschen durcheinander gebracht mit seinem Cannon Rush. Genug meditiert. Genug meditiert. Wir sind die Klingen. Ich bin hier in den Schatten. 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 muss ich ein bisschen konzentrieren, dann kann ich nicht so viel reden ich nehme auf jeden Fall jetzt noch eine Echse weil das der Plan ist, deswegen nehmen wir die Echse, genau hat er glaube ich noch keinen Unsterblichen und Roro hat er auch noch nicht gehabt ich habe nicht geliebend Mineralien 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 Ich geh mal rübergucken. Ihr benötigt mehrere Spingas. Ich bin hier. Mein Leben für Arjo. Alles. Er hat schon fast eine voll saturierte Dritte. Ja, so. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Energie. Nicht genügend Energie. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall nicht gewinnen werde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall nicht gewinnen werde. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich das auf jeden Fall nicht gewinnen werde. Das ist sehr un fora-verlust. Die Beschränkung ist abgeschlossen. Schlecht aus, sieht ganz schlecht aus. Lass mich von Produs wieder das Spiel aufzwingen. Die Beschränkung ist gut. Ihr habt nicht Forschung abgeschlossen. Mineralienfeld erschöpft. Da hat er mich easy kaputt gemacht. Meister 1 Spieler. Warum ist der so niedrig für den Level? Das ist ein bisschen bezerkt. Meister 1. Es ist kein Wunder, dass ich keine Chance hatte. Wir spielen noch eins. Lass uns doch nicht entmutigen. Wir sind von einem Meister 1 Spielerplatz. Auch wenn es nur auf Race war. Trotzdem ganz andere Mechaniken als ich. Lass uns einfach nicht fertig machen. Haben wir glaube ich auch nur 17 Punkte oder so verloren. War nicht viel. War 17 immer mehr. Jetzt müssen wir mal gewinnen. Was sieht es denn eigentlich aus? Gewinnen? Verlieren? Gewinnen? Verlieren? Naja gut. Hält sich für ein bisschen vage grad wieder. Ist ja schön wenn es wieder wie hier ist. Einfach mal ein paar Tage durch gewinnen. Aber wenn die Zerg kommt, dann gewinnen wir eh nicht. Da bin ich nicht so gut. Wir spielen gegen Terranor. Terranor ist okay. Terranor ist okay. Jetzt zerstören wir einfach. Wir hoffen, dass er nicht irgendwelche Cheese-Taktiken auspackt. Ansonsten sollte eigentlich alles schön gemütlich gehen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Guck mal ob er Gas genommen hat. Können wir damit abhauen. Eure Sonden werden angegriffen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Oh, 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 okay, ich habe einen Skrivenediken ein bisschen zu spät. Wir opfern unseren Scout und sehen, dass ein Reaper kommt, das ist gut. Grundbußen nochmal unsere Yerker und bauen dann nochmal einen Stalker. Jetzt will ich hier nicht gerne Grundbußen, ne egal, dann hebe ich mir das dann ein bisschen auf, denn jetzt nutzt es das noch nicht, um das auszugeben. Naja, nehmt der einfach eine Exit, das ist schonmal gut. Ich bin das Herz. Ich bin das Herz der Finsternis. Ich bin das Herz der Finsternis. Ich bin das Herz der Finsternis. Mac brauchst du ja gar nicht gegen Protoss spielen. Ich bin das Herz der Finsternis. Ja gut gegen Cyclones. Ich bin noch ein bisschen, naja, ich hab ein bisschen verkackt beim Bauen. Da wollte ich zu viel ein bisschen. Ich bin hier in den Schatten. Da kann man das jetzt auch noch nicht mehr stoßen kann. So Alright! Da stehen immer noch ein paar Cycles, ein paar Aliens. Ich bin hier in den Schatten. Ihr seid auf mich. Was gibt's denn hier? Oh, du mein Trop. Da ist er. Ich bin hier in den Schatten. Wir haben hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Das, was er da gerade hat, ist nicht viel. Er hat aber schon einen Raven einen Haugen Cycles das darf nicht zu lange warten auf jeden Fall schrottet er seine Basis wird angegriffen das war's Mineralien fällt erschöpft Mineralien fällt erschöpft Mineralien fällt erschöpft das war jetzt gerade ein bisschen blöd von mir aber egal was ich bin hier ich bin hier ich bin hier ich bin hier Das hat er halt wieder einen Vorteil, wenn wir es verkackt haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien, nicht genügend Energie, genug. Ihr habt nicht genügend Mineralien, mein Leben für Ajoa. Das hätte nicht sein müssen, der Waste. Ach, ich weiß überhaupt warum meine Kolosse so weit vorne waren, weil ich das Upgrade vergessen habe. Ich allesicial habe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Forschung. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Die Flügel ist Mineralienmangel. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mein Leben für Arjord. Mein Leben für Arjord. Er hat durchgeführt. Hasadi Templar. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Ihr seid hoffentlich am besten. Mein Leben für Arjord. Sehr weise. Wir bleiben. Mehr mehrere weiter. Ich bin Ihr größer. Ich bin Ihr größer. Ich bin Ihr größer. Ich bin Ihr größer. Ich bin einig im Engelradienfeld erschöpft. Erleuchtet mich. Mein Leben ist einig. Erklärt euch. Kassar, die Templarie. Wir sind. Ihr habt nicht gelügend Miner... Die Verschmelzung ist abgeschossen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Kassar, die Templarie. Wir stemmen. Oh, das hat ihn richtig gekostet. Was ist euer Begehr? Mein Leben. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Ich bin das Herz der Finsternis. Wir sind eins mit den Schatten. Planetary. Ich bin nach der Hache. Kalt ist die Hache. Mein Leben für Aiyur. Ich bin die Stimme. Mein Leben für Aiyur. Ihr seid auf mich angewiesen. Mineralienfeld erschöpft. Mineralienfeld erschöpft. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Secondary. Mineralienfeld erschöpft. Ursache. Es macht blöd. especialmente nicht gelügend Mineralien. Die Kran ist überwältigt. Wir spenden. Warum Terraner nicht rausgehen verstehe ich immer noch nicht. Der Terraner ja wegfliegen können. Der Kampf wird unter sein. Mein Leben für Ajoa. Zerstören. Gigi. Na gut, Mech. Mech Terraner sind wirklich nicht so gut gegen Protoss. Ja, da würde ich sagen, war's das für heute und wir sehen's beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschü tschü, euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti Bären und StarCraft 2. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Und wir sagen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschü tschü tschü. Ich freue mich. Ich freue mich.